Und damit Hallöchen, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Team, ja wir sind hier bei Chrisley Adams, weil wir ja gestern den Fleischkrabbler quasi gelegt haben und wir wollen jetzt einfach mal hier unsere kleine kurze Belohnung abholen und dazu sagen wir Tachchen. Tachchen, Chrisley? Mischen? Ne. Kriegen wir keine Belohnung? Ey du Arsch, ich will eine Belohnung haben, ich will Erfahrungspunkte haben, zumindest. Ja, der Schiefment, kannst du dir sonst wohin schieben. Na gut, ich dachte gibt es jetzt wenigstens nie Erfahrungspoints. Ich habe mal ein bisschen geguckt, wir haben jetzt aktuell noch offen die Crystal Spiders und mich auch nochmal belesen, in Hüter, das können wir doch gar nicht annehmen. Ich trottel. Kann man erst ab 130 und wir haben von 80 bis 130, ja, auch nicht gerade wenig zu tun. Wir können zum Beispiel Highclass Lizards handen, die werden wahrscheinlich auch, die werden wir wahrscheinlich auch machen, sagen wir mal so. Sind ja nur 800, die man davon handen muss. Ich sag mal, wenn man denn als Mage da durch die Gegend rennt und die mit Ervalanche oder sonst was handet, sind die ja auch machbar und die 800 eigentlich ganz schnell drinnen. Insofern werden wir die wahrscheinlich annehmen. Aber da habe ich mir überlegt, das machen wir heute mal nicht. Das heißt, da grübeligen später mal drüber und anderen mal drüber, was wir heute machen. Und zwar war das gewünscht in den Kommentaren oder zumindest mal nachgefragt worden. Und zwar die Mermaid Comp. Ob ich nicht mal zeigen kann, wie man zur Mermaid Comp kommt. Also Mermaid Comp oder die Coral Comp ist ein Item, was man braucht, um ein Oriental Outfit voll zu machen. Ich weiß gar nicht wofür. Für welchen Teil des Oriental Outfits man das nutzen konnte. Moment, haben wir das hier eigentlich? War das vielleicht für den... Genau, das ist das Oriental Outfit. Ich persönlich mag das nicht. Ich nenne es auch gerne das Taliban Outfit, weil du dann noch so einen Turmhahn bekommst und hier noch einen anderen Schüssel gedönst. Das Problem ist, und ihr werdet es gleich sehen, ich kriege das hier mit diesem nicht hin. Ja, mit diesem Charakter. Weil dort unten, also der Weg dorthin durch Kalassa ist schon haarig. Und ich glaube, mit dem 90er ist das ein bisschen zu fett. Deshalb habe ich mir überlegt. Wir machen es ganz einfach. Und wir machen es bum 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 mit dem da. Mit dem Großen. Und ich stehe auch hier schon bei der Mariana. Das ist diese... Also die ist die Dame, die beispielsweise auch die Spider Silks vertauscht. Und in Silkians. Ihr bekommt zu der, wenn ihr von Liberty Bay aus mit Captain Waverider reist. Und zwar indem ihr das Codewort Peckleck sagt. Ich weiß gar nicht, wie die Insel hier heißt. Ich nenne sie mal Peckleck-Insel, weil halt das Codewort für Waverider so heißt. Ist auch wurscht. Jedenfalls kommt ihr auf diese Insel. Und ganz im Norden ist dann hier diese Mariana. Und die müsst ihr fragen. Und zwar nach Kamp. Warte mal. Ich glaube, das ist, glaube ich, schon hier mit dem hier. Dann dürft ihr dir jetzt gar nichts sagen. Auf Kamp. So, I don't know if you're coming. I lost my favorite one. Hä? Na toll. Heißt das jetzt für mich, ich habe es oder ich habe es nicht? Also Fakt ist, wenn ihr kommt zu ihr, sagt, ähm, sollte eigentlich Questlog-Update passieren, ein Questlog-Update passieren. Bloß fragt mich nicht, wo in dieser Quest, äh, Hierarchie das hier alle drin ist. Ähm. Wir machen folgendes. Ich zeige euch auf jeden Fall erstmal die Stelle, wo es hin, also wo ihr hin müsst und wie ihr da hinkommt. Und, äh, ob wir jetzt da reinkommen in die Tür oder nicht, das, ähm, sei mal da hingestellt worden. Ich hoffe nur, dass wir, dass wir dann, ach nee, ich glaube, ihr kommt nur in die Kiste, also in den Raum mit der Kiste. Der ist mit der Tür versehen, nicht diese Viecher davor. Aber na gut. Wir gehen da einfach mal hin. Anscheinend, aber ich möchte auch meinen, wir waren auch schon öfter da. Wir haben ein paar Quest, ähm, Services angeboten für diesen Bereich. Und würde mich wundern, wenn ich noch nicht eine Mermaid-Comp irgendwie, äh, eine Coral-Comp irgendwo, ähm, ja, hab abgeholt. Das wäre, glaube ich, zu doof. Jedenfalls müsst ihr zuerst zu ihr. Ihr müsst natürlich, um dieses Quest hier generell zu completed, also completed zu haben, ihr braucht einen Relic Hunter-Rank auf der, ähm, Explorer Society. Jetzt finde ich es gar nicht. Explorer Society. Wo bist du? Wo bist du? Da. Ähm. Kommt der Explorer nach dem Relic Hunter? Ich glaube schon, ne? Ähm. Das braucht ihr zum einen und natürlich zum anderen braucht ihr die, huch, nee, das ist die falsche, das falsche Schiff. Ähm, zum anderen braucht ihr natürlich die, diese Mission, damit ihr hier auf diese Insel dürft. Das ist die, was jetzt, wie heißt denn die Insel jetzt? Ah, Quatsch, die, die Quest. Gucken wir gleich mal. So, er bringt mich nach Liberty. Liberty Bay. So. Da mal hin. Und wir gucken mal jetzt hier rein. Ähm, das ist ja nicht, 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 das ist ja nicht. Nein. Ähm. Oh. Okay. Gut. Das war sie aber auch nicht. Ähm. Ist ja diese, nee, Shadowed Island ist was anderes. Queen of the Pansy ist das auch nicht. Mein Gott. Wie heißt die denn? Und hier bin ich verkehrt. So, wir müssen jetzt in den Hafen, weil hier unten ist auch schon unser Schiff. Ja, jedenfalls, ähm, diese hässliche, huch, die Quest, die braucht ihr. Es ist, glaube ich, bloß eine Quest, um, 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 um da hinzukommen. Ich möchte auch meinen, es ist denn die, die Pirate Outfit Dingens Quest. War das für die Pirate Outfit Quest? Weil du kommst ja später dann auch nach Nagor, wo die, die Piratenhochburg ist. Na, hier ist Captain Max, der bringt euch nach Kalassa. Hi, Kalassa, für 200 Gold, das ist richtig, vergesst nicht. Ihr braucht Scheiße. Boah, ich bin so ein Trottel. Ihr braucht ordentlich Capacity. Gut, dann können wir gleich nochmal kurz zurückfahren. Hi. Ähm. Liberty Bay, weil ihr braucht natürlich einen Helm of the Deep, Helmet of the Deep. Und der ist, glaube ich, 300 K... Cup, 300 Cup, 200 Cup, jedenfalls eine ganze Menge. Ich glaube, da muss ich einmal ein bisschen aussortieren, was ich alles in meinem Backpack drinne habe. Schwuppsen. Huch. Alter. Willst du mich ver... Sehr schön. Ähm, das haben wir hier, das haben wir dort. Zack. Support Backpack. Ähm, von den Runen. Komm, hier. Die brauchen wir auf jeden Fall nicht. Haben wir mal ein bisschen frei. Die brauchen wir auch nicht. Die brauchen wir eigentlich auch nicht. Weil die da unten sowieso nutzlos sind. Die werden wir brauchen. Das ist die Stone Shower. Die brauchen wir auch nicht. Sind wir schon bei 240. Und von denen... Und von denen... Flupp. Ich habe ja hier die... Die Magic Walls, die sollten eigentlich passen. Ja. Jut. Okay. Dann können wir ja doch runter. Helmet of the Deep. Auf geht's nach Kallassam. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt hier so... Also ich... Richtig, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt... Möglicherweise sogar hier mit diesem Charakter sterbe. Weil es da unten echt fett ist. Und ich das schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht habe. Ich weiß bloß, dass diese Aufgabe hinten auf jeden Fall... Also bis zum Raum werden wir es wohl schaffen. Aber da oben der Raum... Vielleicht passiert ja irgendeinen Scheiß. Das sind ja lauter massive Worte Elementals. Hm? Ach, der hat nur 200 Dozenten. Naja, gut. 210, um genau zu sein. Alles klar. So. Sehr schön. Da haben wir ein Helmet of the Deep. Und... Dann würde ich sagen... Lass uns das Abenteuer mal beginnen hier. Und gucken, ob ich denn sterbe oder nicht. Kein Chill. Hotkeys. Da. Select Object. Den brauche ich noch. Okidoki. Plupp. Jo, jo. Also jetzt sind natürlich hier die... 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 Lari-Fari-Huschi-Puschi-Sachen. Ach so. Äh, knarf. Natürlich klar. Ich hätte meine Dings mitnehmen sollen. Die kann ich irgendwie ausziehen hier oben. Warum ich die ausziehen kann? Spart Mana. Weil die schießt grundsätzlich, aber macht ja keinen Schaden. Also spare ich mir Mana. Apropos Mana, die könnten wir ja mal voll machen. Ja, was ich natürlich vorher noch geändert habe. Ich habe hier, ähm, als UE natürlich... Diesen. Ähm... Ich weiß gar nicht mehr, ob der, ähm, als... Ich glaube, der war halt sofort Zauber. Weil früher, früher, ganz, ganz früher, gab es ja auch für uns so eine Art Poison-Ding... Poison-UE. Und die war über Damage-Over-Time. Und, ähm, ich glaube, das haben sie jetzt geändert. Hoffe ich zumindest. Weil das wäre natürlich sonst sehr ärgerlich. Was hat denn der für eine Cooldown-Zeit? 40 Sekunden. Am Popo, ey. Na ja, gut. Also, wo wir hin müssen... Ach, guck mal, da oben haben wir gleich so eine hübsche... So eine, so eine, so eine, so eine... Da, die da? Die können wir gleich mal aufmachen, weil da gibt es eventuell die, ähm, Kugeln. Nothing is inside. Na, verdammt. Da gibt es diese großen Shimmering Pearls. Schmale Amethyst, die nehmen wir natürlich mit. Vielleicht looten wir aber was schönes hier unten. Kann ja sein. Zack, dazu machen wir erstmal hier unseren Loot-Backpack auf. Ist da eine Nalle drinne? Meine Güte. Ich habe auf dem Charakter, muss ich zugeben, echt schon ewig nicht mehr gespielt. Ähm, das ist... Schon nicht mehr feierlich. So, den lassen wir mal auf. Jetzt muss ich mich mal kurz hier sortieren. Äh, den und den Support-Backpack. Den machen wir natürlich auch auf. Und zur Sicherheit den auch noch. Flup, flup. So. Dann wollen wir nochmal gucken, ob wir hier was rocken können. Ich bin gespannt. Wird wahrscheinlich erstmal mit... mit SDs um mich schmeißen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Quara-Tentakel. Muss ich sowas looten? Nö. Apropos looten. Das muss nach unten. Ach ja, da sind sie ja schon. Meine Lieblinge. Ja, die haben immer so viel... extrem viel HP. Hm. Könnte ich so machen. Könnte ich aber auch looten. Und dann mit... Guck mal, wie viel brauchen wir. Ich glaube, da renne ich lieber mit SDs rum. Warum von denen zu viel? Flup. Flup. Guck mal, drei SDs, dann sind die down. Na, das geht doch. Ach, die droppen Platins? Das ist ja spannend. Was haben wir eigentlich für eine unspannende Musik im Hintergrund? Ja, schon besser. Huch. So. Hier müssen wir ein Stück runter. Müssen wir gucken, geht gleich ordentlich los. Am Anfang ist es noch relativ easy peasy. Und dann kommen sie alle auf einmal. Das ist immer der Nachteil hier bei der Nummer. Na gut, die können wir ja wegrennen lassen. Dann stört das später nicht. Und die Quara Pinchas droppen ja beispielsweise auch diese Skull Helmet oder so ein Geschichtchen. Hätten wir, glaube ich, mehr SDs einpacken sollen. Naja. Na gut. Diese Dinger könnt ihr übrigens bloß einmal am Tag aufmachen. Wenn ihr quasi, das wäre auch noch ein kleiner Tipp nebenbei, wenn ihr diese Farmen wollt, diese Giant Shimmering Pearls, ähm, macht die Mission fertig mit der Explorer Society. Und da guckt ihr einmal am Tag da runter. Ich glaube, es gibt auch noch verschiedene andere Stellen unter Wasser, wo man diese Dinger machen kann. Aber ein Kalassa ist halt hier vorne, wenn du da runter droppst, hast du hier vorne so ein Teil, was ich da vorhin auch geöffnet habe. Und da brauchst du bloß einmal rüber. Und die Viecher, die da sind, die sind eigentlich nicht schwer. Die sind absolut nicht schwer. So, die massiven machen, glaube ich, ordentlich massiv Damage. Ähm, ich aber auch auf die. Mal gucken hier. 70. 94. Tot. Na gut. Vielleicht machen sie doch nicht so viel Damage. Ich weiß noch, wo Sips sich damals einfallen lassen hat, dass er hier, ähm, dass man da in diesen Dingern nicht einfach so looten kann, sondern, dass man da mit einer Angel reingehen muss, um da den Loot rauszuholen. Ganz tolle Idee. Ich weiß nicht, wer da auf Drogen war, aber die Idee war super toll. Ach, siehste, waren zwei. Doch, richtig gesehen. Oh, der Pinscher mit 300 ist auch fett. Ich traue mir den hier nicht zu luren. Obwohl ich relativ schnell bin unter Wasser. Ich hatte das ein bisschen langsamer in Erinnerung. In Erinnerung. Und ich hoffe ja auch noch, dass diese Boots of Water Walking irgendwann rauskommen, dass man unter Wasser genauso schnell latschen kann wie Überwasser. Das ist ja toll. Ich mag euch. Ah, ich hätte vielleicht noch meine, meine, äh, Dingswave reinhauen können. Oh. Das ist ja vielleicht dann doch ein bisschen fett, ne? Also hauen sie mir so gut rein. Und ich mit meinen 1200 HP guckt er natürlich aus der Wäsche. Da kriegst du vier Hits und dann bist du tot. Also, vier Predatoren sind schon knifflig. Ich habe mich gemerkt. Oder gespeichert für die Zukunft. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir machen ja mal einen Cut. Wir werden morgen, also wir haben noch einen kleinen Weg hier vor uns. Das geht bis da hinten. Und, ähm, ich bin gespannt, ob ich das schaffe. Also, seid morgen wieder mit dabei, wenn es heißt, let's hole the honey camp. Äh, honey, was soll ich denn immer mit honey? Wie komme ich denn immer auf honey camp? Ähm, let's get the coral camp. Und, ähm, würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. In dem Sinne sage ich Tschüss und bis dann.